Der FC Augsburg gegen den FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Saison 2022-23. Schaffen es die Augsburger erneut dem Rekordmeister aus München ein Beinchen zu stellen? Der Man of the Match vom 1-0-Sieg über die Bayern wird allerdings passen müssen. Derbyheld Gikiewicz fehlt dem FCA leider weiterhin, aber auch die Bayern müssen auf Manuel Neuer verzichten und Leroy Sané wird aufgrund seiner Muskelverletzung auch einige Wochen ausfallen. Immerhin steht aber Thomas Müller vor seinem Comeback in den Kader. Ich gehe davon aus, dass die Bayern alles daran setzen werden, die letzte Niederlage gegen Augsburg vergessen zu machen und im Idealfall das nächste Statement zu setzen. In Augsburg taten sich die Bayern in den letzten Jahren allerdings sehr schwer. Die letzten beiden Heimspiele gegen die Bayern konnte der FCA knapp für sich entscheiden. Vielleicht sind ja aller guten Dinge wie so oft drei. Klar ist aber auch, dass die Bayern nach dem blamablen Aus der vergangenen Saison hier doppelt Wiedergutmachung leisten wollen und natürlich auch irgendwo müssen. Ein Faktor wird sein, in einem vermeintlich schweren Spiel, das kämpferisch eng werden kann, die Chancen gut zu nutzen. Ein Punkt, der den Bayern in der laufenden Spielzeit immer wieder schwer gefallen ist. Mit dem 5-0 gegen Freiburg konnten die Bayern in der Bundesliga nach einigen Wochen der Kritik mal wieder ein richtig dickes Ausrufezeichen setzen. Besonders herausgestochen ist dabei Erik Maxim Schopo-Moting, der entscheidenden Anteil an der offensiven Effektivität der Münchner hatte und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Pokal wieder in der Startelf stehen wird. Augsburg auf der anderen Seite hatte zwar in Köln verloren, aber auffällig war dabei wieder einmal, dass der FCA weiterhin in der Lage ist, aus wenig verdammt viel zu machen. Nur drei Schüsse, die direkt aufs Tor gingen, waren nötig, um zwei Treffer zu erzielen. Die Bayern müssen also definitiv hell wach bleiben, um am Ende nicht zum dritten Mal in Folge in Augsburg als Verlierer vom Platz zu gehen. Gerade im Pokal kann ja immer alles passieren, wir erleben es ja jedes Jahr aufs Neue. Meiner Einschätzung nach sind die Bayern hier aber natürlich absolut favorisiert. Ich denke, ohne die herausragende Klasse eines Gijkevic wird es für Augsburg schwer, ähnlich stark wie zuletzt gegen die Bayern zu performen. Denn meiner Meinung nach war er der mit Abstand wichtigste Spieler zuletzt. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir erneut eine Überraschung. Gerade in der laufenden Saison ist ja wirklich nichts vorhersehbar. Naja, in der Simulation konnten sich die Bayern mit 3 zu 2 erwartungsgemäß durchsetzen. Ein Ergebnis, welches ich mit Blick auf die jüngere Bilanz für durchaus realistisch halte. An der Stelle jetzt aber die Frage an euch. Was denkt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.